So, willkommen zurück. Ja, ich muss ja mal Folgenpausen machen, weil sonst wären die Sachen ja immer viel zu lang und alles. So, und so sieht's natürlich jetzt aus. Hast du jemanden gesehen, der krank aussieht? Du bist so ein Hitzkopf. Oh, Corvo. Wer wir sind, spielt keine Rolle. Aber seien Sie gewiss, wir glauben an Sie. Hier ist der Schlüssel zu Ihrer Zelle. Wenn Sie aus der Zelle treten, begeben Sie sich zum Verhörraum. Nehmen Sie den Sprengsatz dort und legen Sie ihn an der Eingangstür. Wenn Sie zum Fluss und verschwinden Sie in der Kanalisation. Dort werden Sie einige nützliche Dinge finden. Einer der Gefängniswärter wird eine Waffe direkt vor Ihrer Zelle platzieren. Und nun viel Glück. Wir brauchen Sie gesund und munter für das, was auf uns zukommt. Ein Freund. Anonyme Nachricht. Und wir haben einen Schlüssel für die Zellentür. So, und jetzt müssen wir natürlich höllisch aufpassen, dass wir nicht gesehen werden. Hey, da haben wir schon ein Schwert. So, finden Sie den Sprengsatz zu unserem aktuellen Ziel. Warum kommen so viele Leute zu der Hinrichtung morgen? So, Gegner eliminieren und nicht tödlich überwältigen. Mit dem Schwert in der Hand kannst du einen ahnungslosen Gegner ausschalten, indem du R2 drückst. Oder du schleißt dich von hinten an und hältst R1 gedrückt, um ihn zu überwältigen, ohne ihn zu töten. Der nicht tödliche Schleichangriff hat den Vorteil, dass du es mit weniger Ratten und Weinern zu tun bekommst. Manche Personen dir wohl gesonnen sind und das Ende weniger düster ist. Das hat auch noch Auswirkungen auf das Ende im Übrigen. Genau, das war es ja gewesen. Also, wenn man nur jeden umbringt, jeden tötet, egal wen, auch Zivilisten, dann wird das immer schlimmer und immer düsterer. Das Ende auch vor allen Dingen. Deswegen werden wir es versuchen, es natürlich nicht zu tun. Wegen Corvo. Er hat die Kaiserin getötet und ihre Tochter Emily entführt. Das stimmt überhaupt nicht. Echtes Ereignis? Genau. Ein gesellschaftliches Ereignis für die Reichen und Schön. Seht alle her, wenn der edle kaiserliche Schutzherr sein Kopp verliert. Sind nicht besser als wir, wetten auf Hundekämpfe. Ich glaub's ja wohl. Anima, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. So. So, der ist bewusstlos. Den haben wir schon mal nicht getötet. Das ist schon mal sehr schön. Das heißt, wir haben quasi... Wir haben quasi jetzt schon mal... So, jetzt müssen wir mal schauen. Fußgängerbrückenzugang. Da müssen wir jetzt hin. 33 Meter. Na, dreh dich doch um. Der dreht sich auch nicht um, ne? Ah, doch jetzt. Verdammt, der kommt. Shit. Der wird uns sowas von sehen. Der wird uns sowas von sehen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Sehr schön. So, einfach mal in die Ecke werfen. So, willkommen zu Let's Play Live Show. Alle neuen Zuschauer jeden Freitag in Samstag, 20 Uhr. Wir spielen heute Dishonored im Live-LP. Also, finde ich auch auf YouTube willkommen. Oh. So, da kriegen wir schon mal wenigstens ein paar Waffen. Whale-Oil-Tags. Okay. Das nehmen wir mal alles mit. Für Essen gibt's auch. Obwohl, Gesundheit haben wir ja eigentlich genug. Von so an. So, aber Gesundheit nehmen wir mit. Munition. Können wir immer gut gebrauchen. Da ist nochmal Essen. Essen. Das war sehr mutig eigentlich von mir. Aber naja. Aber normalerweise sollte man vielleicht erstmal durchs Schlüsselloch gucken. Also so ein bisschen rumspannen. Okay, da ist keiner. Ich dachte, da wäre jetzt jemand oder so. Hofgang. Es spielt sich ein bisschen wie, muss ich sagen, es spielt sich ein bisschen wie Thief. Wer noch das Spiel Thief kennt. Aber. Die morgige Hinrichtung darf nur von dem dafür eingeteilten Personal und Würdenträgern mit entsprechender Genehmigung besucht werden. Aber viel, viel besser wie Thief. Muss ich sagen. Nein. Uah. Uah. Ciao. Wieso habe ich... Wieso höre ich denn auf zu drücken? Verdammt. Lalalalalala. Nein. Nein, nein. Aua. Ah, geh weg. Scheiße. Scheiße. Fuck. Das war voll dumm von mir. Scheiße. Verdammt. Weil ich will ihn nicht umbringen. Er ist weg. Scheiße. Verdammt. Fuck. Fuck. Du kannst dich nicht mehr lange verstecken. Ich werde dein Versteck finden. Ja, finde doch mein Versteck. Wieso höre ich denn... Wieso höre ich überhaupt auf, er einzudrücken? Ich verstehe es nicht. Okay, der ist auch bewusstlos. Das ist schon mal sehr schön. Das war knapp. Alter Schwede. So. Also noch mal auf ein neues. Das war echt knapp. Nee, aber um noch mal darauf zurückzukommen. Wie gesagt, es spielt sich wie Thief, aber viel, viel angenehmer und viel, viel besser. Weil es kommt nachher noch so ein bisschen so diese Magie hinzu, dass man so ein bisschen Mana hat oder Mana braucht und alles. So mit Teleportation oder durch Wände gucken so ein bisschen. Das ist richtig geil. Aber wir müssen jetzt erstmal hier aus dem Gefängnis fliehen. Und ich finde auch dieses Setting sehr, sehr cool gelungen. Da ist das Verhör... Das Verhörzimmer. Nur von dem dafür eingeteilten Personal und Wirtenträgern mit entsprechender Genehmigung besucht werden. Okay, hier können wir Flaschen nehmen, tragen, aber das brauchen wir jetzt gerade gar nicht, weil man kann auch die... Okay, kann derzeit nicht geöffnet werden. Man kann nämlich auch die Wachen ablenken. Mit Gegenständen. Das kennen wir ja auch von Thief und so. Das Verhörzimmer. Sehr schön. Das ist der Stuhl, wo wir drauf gesessen haben. Das ist übrigens mein Stuhl, wo ich jetzt auch gerade drauf sitze. So. Korbo ist schon wieder bewusstlos. Auch wenn er mehr einstecken konnte als jeder andere beliebige Mann. Wir machen weiter, wenn er aufwacht. Dass er das Geständnis tatsächlich unterschreibt, ist nicht entscheidend. Könnte uns aber später von Nutzen sein. Die Erbordung einer Kaiserin ist wirklich keine Kleinigkeit. Alter, dieser Lord Regent, ne? Geht... Geht gar nicht. So, Anweisung des wachenden Offiziers von Korbos Verhör. Korbo at Tarno, der führende kaiserliche Schutzherr, muss zum Verhör hierher gebracht werden. Dies ist von äußerlicher Wichtigkeit. Der Lord Regent und Oberaufseer Campbell werden das Verhör persönlich durchführen. Folgen Sie Ihren Anweisungen ohne zu zögern. Achten Sie darauf, dass der Foltermeister nicht über die Stränge schlägt. Wenn Korbo durch seine Hände stirbt, statt öffentlich hingerichtet zu werden, wie es sich der Lord Regent wünscht, ist Ihr Kopf der nächste, der rollt. Dann hat Flex aber ein schönes Feuerzimmer. Ja. Könnt mich ja mal besuchen kommen. Könnt ihr mich auch foltern. So. Also, wir sollen hier das... Ach, hier genau. Hier war der Tresor. Hier waren noch ein paar Münzen. Die brauchen wir ja später auch. Und hier ist noch ein... Oh, hier ist noch ein Buch. Auszug aus einem Buch über die esoterischen Praktiken des Ordens. Zeigt ein Kind, die richtige Neigung gilt es als gekennzeichnet. Aufseher werden mit der Untersuchung des Subjekts beauftragt, um zu bestimmen, ob diese Neigung durch kosmologische Gegebenheiten und andere Zeichen während des ganzen Jahres bestätigt wird. Am Ende des Zyklus werden jene, die für weitere Untersuchungen bestimmt sind, eine Stunde vor Sonnenaufgang aus ihren Häusern geholt. Sie müssen zu einem Ordenstützpunkt außerhalb der Stadt marschieren. Dort werden die Kinder Ritual vorbereitet und die Prüfung unterzogen, bis sie in der letzten Nacht des Monats des Regens einer Pilgerreise zur weisen Klippe antreten. In einer aufgeteilten Zeremonie wird bestimmt, welche Kinder Aufseher und welche Kinder getötet werden. Okay. Huhu, Söckchen, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Du kannst ruhig sterben beim Nix dagegen. Ja, ich weiß. So. Sisam, öffne dich. Ja, wir haben den Sprengsatz. Sehr schön. So. Äh. Mist, den hätte ich jetzt normalerweise cachen können. Verdammt. Okay. Werden wir uns mal ein wenig rumschleichen. Uh, das war ja knapp. Ich glaube, das war sehr knapp. Wer schneicht denn hier? Achso. Der eine... Der eine liegt ja da oben von uns. Wo ist denn der andere jetzt? Ach, da hinten. Wir müssen höllisch aufpassen. Was ist mit Until Dawn? Wie weit bist du schon? Äh, wir haben... Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht vertreten. Es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Es kommen durch den Einzelhaftzellenblock. Ja, aber heute muss schon alles vorbereitet werden. Eine Woche im Vortrag. Wir haben gestern... Gestern wieder aufgehört zu spielen. Wir wurden gestern ein paar Mal schon angegriffen vom Mörder und alles. Und... Und wir spielen heute weiter. Wir werden versuchen, es heute durchzuspielen. So, ich versuche mal mein Glück hier über die Rohre. So, wir könnten jetzt eigentlich auch da unten versuchen reinzukommen. Aber da müssten wir erstmal die ganzen Gegner ausschalten. Boah, wie weit ich bin. Also, es ist Uhrzeitmäßig, glaube ich, bei Until Dawn so circa 0 Uhr, glaube ich. Müsste es eigentlich sein. Da ist das Tor. Da läuft auch schon einer. So, Fallangriff durchführen. Dann lasse dich von oben auf einen Gegner herabfallen und drücke R2, kurz bevor du auf ihn landest, um einen Fallangriff auszuführen. Du erleidest durch den Sturz keinen Schaden. Okay. Der steht aber gerade sehr ungünstig. Ah, okay. Scheiße, ich wollte doch keinen töten, ne? Verdammt. Mist. Der ist jetzt tot. Verdammt. Ach, habe ich schon was verpasst? Ja. Leider. Äh. Aber wie gesagt, wir spielen heute weiter. Ab 22 Uhr. Verdammt, ich wollte doch keinen töten. Ach, scheiße. Mann. Ich bin echt am überlegen, ob ich... Ach, wisst ihr was? Komm. Wisst ihr was? Komm. Warte mal, wo war denn das jetzt? Äh. 2027. Das müsste das sein. Verdammt. Ich entschuldige mich dafür. Ich will es ehrlich echt versuchen mal, so ohne jemanden zu töten, durchzuspielen. Also, zumindest versuchen. Das wäre schon echt von Vorteil. Weil, wie gesagt, das Spiel hat auch verschiedene Enden. Und je nachdem, wie man vorgeht in den ganzen Level-Bereichen, alles, ja, hat das Spiel ein unterschiedliches Ende. Oder beziehungsweise nicht so düster und alles, wenn man zum Beispiel jedes Mal alle umringt. Ach, der schläft nur. Ja, mit so einem Messer im Rücken kann man sehr gut schlafen, habe ich mir auch sagen lassen. Ja, Pika Pikachu, definitiv. Mein Gott. Jetzt bin ich mal gespannt, wo wir da sind. Ich hoffe nicht zu weit weg. Der schläft nur. Nein! Scheiße, fuck. Das ist genau hier. Verdammt, da muss ich doch das laden. Ach, Mist, ey, das ist ärgerlich. Verdammt. Ah, egal. So, Prost zusammen erstmal. Und ich habe mir sagen lassen, ähm, ich hatte mich mal da so ein bisschen darüber informiert gehabt. So, auch so wie das mit Twitch ist und alles. Und wie das aussieht mit Trinken und so. Also, es ist wohl geduldet wohl, habe ich mir sagen lassen. Außer, wenn man natürlich jetzt hier Halligalli Vollgas gibt, ne? Dass man nur noch dann hier so sieht. Also, ich sage, willkommen zu der Live-Show. Also, ich möchte gerne heute so etwas zeigen, aber ich kann es nicht. Voll, dann brechen die, glaube ich, auch den Stream ab und sowas alles. Aber sowas wird es auch hier bei mir nie geben. Und ihr wisst ja, ich trinke ja kein Alkohol, sondern ich trinke ja Wasser aus einer braunen Flasche. Ne? Von so an wisst ihr Bescheid. Ach, hier sind wir. Sehr schön. So, weiter geht's. Aber das wäre doch interessant. Ne, ich glaube eher nicht. Ich glaube eher nicht. Das heißt, ich muss den irgendwie erledigen, ohne dass ich den tüte. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ach, da steht auch noch einer. Den habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ach, du Scheiße. Den habe ich ja noch gar nicht gesehen. Verdammt. Das heißt, ich muss mal eben die Laufwege erstmal gucken, wie die so... Okay, der läuft da oben lang. Und der da. Hallo? Ja, okay. Ach, der geht jetzt auch noch da lang. Hm, ich glaube, ich werde versuchen, erstmal den hier zu kriegen. Am besten jetzt irgendwie. Hallo? Spring runter. Na? Der liegt ungünstig. Der muss hier liegen. So. Scheiße, der kommt, ne? Oder? Verdammt. Kennt ihr das auch, wenn ihr so selber versucht, so um die Ecke zu gucken? Ich glaube, das hat jeder schon mal von uns gemacht. Komm her, komm her, komm her, komm her. Der dreht sich jetzt bestimmt um. Nein. Gott sei Dank. Gott sei Dank. So, sehr schön. Die sind alle bewusstlos gewesen. Aha. Ah ja, da kann man sich ja auch verstecken in Mülleimern. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Go! Äh. Ciao. Tschüss. Verdammt, die schießen auf uns. Jetzt aber los. Lauf, Corvo, lauuf. No tree passing. Werde ich jetzt bestimmt nicht beachten. So. Die Kanalisation von Dunwall. Jawohl. Ja. Jawohl, wir haben es geschafft. Soweit erstmal. Und jetzt sind wir erstmal in der Kanalisation. Wahnsinn. Jetzt erwarten uns, es erwarten uns später im Spiel sowieso noch auch ganz, ganz, ganz andere Gegner und alles. Und es ist echt der Hammer. Ja, willkommen zur Let's Play Live Show. Wahnsinn, 18 Zuschauer. Vielen lieben Dank. Aber ihr wartet wahrscheinlich auch schon sehnsüchtig natürlich auf Until Dawn. Du kannst doch die Bewusstlosen im Mülleimer verstecken. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. So. The Outsiders. Us Among Us. Okay. Kanalisation von Dumbwall. Voll. Voll am Abgehen, ne? D, 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 d. Hau ab hier. So. Ach, was mir gerade auffällt. Ich habe die Untertitel gar nicht an, ne? Im Übrigen. Erinnert mich auch keiner von euch dran, ne? So, jetzt muss ich mal gucken. Wo war denn das? Allgemein. Spieloberfläche. Nee. Steuerung. System. Helligkeit. Sound. Warte mal da. Untertitelmodus. Hauptdialoge. Alle Sprecher. Äh. Ich glaube, wir machen nur die Hauptdialoge. Weil dann ist es besser. Hallöchen. Dishonored ist ein gutes Game, finde ich. Ja, ich auch. Ich habe es ja, wie gesagt, schon auf der Playstation 3 mal gespielt gehabt. Und auch für Vierer wollte ich ein Let's Play machen. Deswegen habe ich mir gesagt, mache ich heute ein Live-LP. Also ein Stream und LP quasi gleichzeitig. Und für dich, YouTube, machen wir quasi jetzt nach dem Zettel eine kurze Pause. Aber ich lese nochmal kurz vor. Corvo, wenn sie das lesen, heißt es, dass unser Plan funktioniert hat. Und sie aus Cold Witch ausgebrochen sind. Einer unserer Kontaktpersonen hat tief in der Kanalisation Waffen für sie versteckt. Holen Sie sich die Ausrüstungsgegenstände und suchen Sie Samuel auf, der sich am Ausgang des Tunnels am Fluss auffällt. Einen Freund, den Sie bald treffen werden. Und für dich, wie gesagt, auf YouTube jetzt eine kleine Folgenpause. Einen Cred Soul